einen herzlich willkommen hier ist euer bierleidenschaft ja ich habe heute wieder lust mal ein bier zu trinken und zwar griefensteiner ja so sieht es aus habe ich bekommen von meine freunde und ja wir haben wasser gerstenmals hopfe hefe gebraut in deutschland meschete blendete bissle durchm licht genau würde ich sagen wir machen mal auf und bierdampf kommt raus und ja dann schenken wir das mal hier mal ein sie dir schön aus auf jeden fall immer gespannt wie es schmeckt ja erstmal gucken ob der schaum hasse bleibt am glas ja es bleibt bisher haften am glas schaum immer eine millimeter also ein kleiner finger und ja schön kalt und dann probieren wir mal es ist mild es ist weich ja ist angenehm schön mild schmeckt mir gut kann man auf jeden fall gut trinken leichte hefe ja kann man gut trinken also schlecht ist es nicht ja das war's mit dem test und ja bis bald und tschüss